Ein Highlight für mich persönlich ist auch immer das Rennrad-Opening, wo wir gemeinsam mit dem Valentin Zeller, dem dreifachen Race Across America Teilnehmer, zu Ostern die Rennradbegeisternden in die Nockberge einladen. Es gibt Testbikes und Laufräder von Airstream. Es gibt Touren in den Nockbergen, grenzüberschreitend nach Slowenien und nach Italien. Also ein absolutes Muss für alle Rennradbegeisternden.